Hallo liebe Aviation-Nerds, ich bin heute endlich mal wieder in Schwarzheide. Heute hatte ich schon vier Flüge und da waren echt spannende Übungen dabei. Bevor ich euch davon erzähle, abonniert auf jeden Fall den Kanal, liked das Video und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt sie in die Kommentare, da könnt ihr die direkt beantworten. Ich hatte heute meine zweite Seirrissübung, das war das Spannendste, was heute so passiert ist. Das Besondere war, dass ich direkt geradeaus landen musste, weil ich eine Platzrunde nicht mehr geschafft hätte. Und jetzt ist gerade der Puraç noch in der Luft, hier liegt noch ein Seil und vielleicht fliege ich nochmal und vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Thermik. Ich beobachte hier die ganze Zeit die Wolken. Da oben ist der Puraç, der Thermik. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Aber vielleicht kriege ich auch noch was, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen trudeln. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.